Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Marcellus Wallace und wir müssen uns mal wieder über meinen besten Freund Tobias Abijim-Huch unterhalten. Ich hatte euch auf meinem Community-Tab schon angekündigt, dass es neue Tobias-Huch-Videos geben wird. Seht dieses Video als Einleitung für eine explodierende Bombe an, die dann noch kommen wird. Wir eröffnen das Feuer mit diesem Video und legen auch direkt los. Und Tobias-Huch scheint seine Wahl in der Lage nicht so gut wegzustecken, wie er vielleicht selber denkt. Und wenn wir ehrlich sind, hat Tobijim-Abi auch nicht nur eine einzige Wahl verloren, sondern eigentlich zwei. Denn er ist nicht nur nicht in die bremische Bürgerschaft gewählt worden, weil die FDP mit unter 6% zu wenig Plätze gehabt hat. Nein, sein Erzfeind Recep Tayyip Erdogan hat die Stichwahl in der Türkei gewonnen. Damit darf der gute Tobijim-Abi weitere 5 Jahre keinen Schei in Istanbul trinken, was mir persönlich natürlich furchtbar leid tut. Aber das ist anscheinend Grund genug für unseren Tobijim-Huch gegen John Broke und dessen Community zu hetzen. Denn unser Tobi-Abi-Jim hat in seiner Reaktion auf ein LASO-Video folgendes auf einen anderen Kommentar kommentiert. John Broke würde sich das nicht trauen, weil er damit einen großen Teil der rassistischen Fanbase verlieren würde. Der ausgehende Kommentar lautete wie folgt. Irgendwie schade, dass Tobias-Huch die beiden nicht begleitet. Tobi-Jim-Abi unterstellt hier also, dass die Mehrheit der Follower von John Broke Rassisten sind. Aber nicht irgendwelche, sondern natürlich, wie sollte es auch anders sein aus Tobias Hochs Mund, türkische Rassisten. Und es ist nun wirklich ja hinlänglich bekannt oder auch unbestritten, dass in der Community von John Broke ein gewisser Rassistenanteil vorhanden ist. Sogenannte türkische Rassisten. Und schon verlaufen sich auch die ersten hasserfüllten Hohlköpfe in die Kommentarsektionen. Während also Tobi-Abi-Jim-Huch auf die Irak-Vlogs von LASO reagiert, aber sich selber anscheinend nicht traut, auf die Vlogs von John Broke selbst zu reagieren, verbreitete Tobi-Abi-Jim-Huch Hetze und Unwahrheiten in seinen Streams. Und das, obwohl er doch extra Spenden sammelt gegen Hass und Hetze. Wie passt das denn bitte zusammen? Und wir haben ein neues Video. Ein Euro-Street-Frisur in Kurdistan mit John Broke. Da könnte ich eigentlich auch mal Klartext reden zum Thema John Broke. Also er möchte Klartext reden. Wer jetzt denkt, dass er sich seines Fehlers bewusst ist und sich entschuldigt, wenn man Tobias Huch kennt, weiß man, er holt einfach noch weiter aus. Das hat er auch getan. Und ich möchte auch mal ganz ehrlich sagen, natürlich reagiert man darauf, wenn ein Tobi-Abi-Jim-Huch, der selber nicht gerade der Saubermann ist, sich in seinen Twitch-Stream setzt und Hasslügen verbreitet über jemanden, den er im Grunde gar nicht kennt. Kein Mensch hätte diese Anfeindungen, die er hier losgelassen hat, und dass seine Community quasi aus Rassisten besteht oder zu einem Großteil aus Rassisten besteht, kommentarlos stehen gelassen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, mit welchem Selbstbewusstsein und wie selbstverständlich unser Tobi-Abi-Jim-Huch diese Aussagen einfach trifft, stehen lässt und denkt, er würde damit Zustimmung ernten und niemand würde das kritisieren. Im Grunde macht Tobi-Jim-Huch den Kuchen-TV, den Edge-Lord. Ecke da an, wo du nur kannst, damit die Leute viel über dich sprechen. Und das passiert ja jetzt auch. Ich glaube, wir fangen erst mit dem Chunt-Proke-Thema an, weil er ja auf mich reagiert hat und meinte, er hätte Angst. Dann brauche ich kein eigenes Video dafür machen. Warum eigentlich nicht? Wäre das klicktechnisch für dich nicht besser, wenn du ein eigenes Video zu Jan-Broke machst? Oder hast du dich vielleicht nach ein paar Sekunden doch umentschieden? Vielleicht mache ich noch ein eigenes Video dazu. Aha. Da hat der Tobi-Jim-Abi doch mal ganz kurz sein Denkapparat eingeschaltet und hat realisiert, dass es klüger wäre, ein eigenes Video zu Jan-Broke zu machen, weil Jan-Broke natürlich über alle Kanäle Millionen Follower hat. Jaja. So, Wahrheit ist nicht so wichtig, aber Klicks gehen immer. Dafür steht Tobias Huch mit seinem Namen. Dann meinte Tobias Huch, dass Jan-Broke abgestritten hätte, dass er Angst hat, das Wort Kurdistan in den Mund zu nehmen. Er sei ja immerhin dorthin gereist. Es gibt ein neues Video von Lasso, ein Euro-Street-Friseur Kurdistan mit Jan-Broke. Blog. Und ich habe gehört, dass Jan-Broke auf meine letzte Reaction reagiert hat und dort abgestritten hat, dass er Angst hat, das Wort Kurdistan in den Mund zu nehmen. Das ist übrigens auch der Aufhänger, warum Tobias Huch jetzt überhaupt noch mal im Stream darauf eingegangen ist. Und jetzt gucken wir doch mal an, was der selbsternannte Experte über die Sicherheit im Bereich Kurdistan-Irak sagt. Also dahin zu reisen, dafür muss man ja nicht mutig sein. Meine Gott, dort ist es sicher. Hm, dort ist es sicher, sagt der Experte. Dann lass uns doch mal ganz kurz die aktuelle Warnung des Auswärtigen Amtes angucken. Für die Region Kurdistan-Irak, in der Region Kurdistan-Irak, Provinzen Dohuk, Erwil und Sulaymania-Halabia ist die Sicherheitslage weiter volatil. Es besteht eine anhaltend erhöhte Gefahr von Terroranschlägen. Dort ist es sicher. Du bist selber dort mit schusssicherer Weste hingereist. Dort ist es sicher. Und hattest Ortskundige dabei. Dort ist es sicher. Jetzt im Stream zu sagen, ist es sicher. Dort ist es sicher. Ist absolute Heuchelei und einfach unwahr. Und das zeigt einfach wieder, dass Tobias Huch einfach kein Experte ist, sondern jemand, der sich gerne selber Experte nennt und dabei sehr viel schwafelt. Und das sieht man übrigens auch in den Videos. Also ich habe den Stream ja gesehen, wo er das Camp Baradash gezeigt hat, was ja angeblich seins ist. Dazu kommt übrigens auch noch ein Video. Und er steht einfach rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Video. Das wird richtig lustig. Dort ist es sicher. Aber gleich nach diesen Aussagen, dass es dort sicher sei, hetzt Tobias Huch natürlich weiter gegen die John Broke Community. Und solange man das Wort Kurdistan nicht in den Mund nimmt, hat man auch nichts durch die rassistische Bubble zu befürchten. Und es ist nun wirklich ja hinlänglich bekannt oder auch unbestritten, dass in der Community von John Broke ein gewisser Rassistenanteil vorhanden ist. Sogenannte türkische Rassisten. Wir haben das in den letzten Tagen ja auch gesehen. Es ist hinlänglich bekannt, dass in der Community von John Broke ein gewisser Rassistenanteil vorhanden ist. Türkische Rassisten. Und dann zieht er den Bogen und die Verbindung zu den Sachen, die nach der Stichwahl passiert sind, dass die Leute dann auf die Straße gegangen sind, dass es dann ein paar Querulanten gegeben hat, die da über die Stränge geschlagen sind, mit Pistolen in die Luft geschossen haben. Und das bezieht er jetzt zu John Broke. So, und das sind alles ausnahmslose John-Broke-Friends aus seiner Community. Woher weißt du das, lieber Tobi Abijim? Hast du jeden Einzelnen auf der Straße gefragt? Hast du eine Tobias-Huchsche-Hochrechnung gemacht? Wie kommst du darauf? Was hat John Broke mit den Ausschreitungen auf der Straße zu tun? Türkische Neonazis mit Wolfsgruß in der Gegend rumfahren. Also, um das jetzt nochmal einzuordnen, ich weiß nicht, wie oft man das Tobias-Huch unseren Followern erklären muss, es gibt keine Neonazis in der Türkei. Die Neonazis in der Türkei heißen ultranationalistisch. Und das sollte eigentlich ein Experte wie unser Tobias Abijim Huch langsam verinnerlichen. Denn es wird langsam echt peinlich. Selbst Cem Özdemir, der eigentlich Tschekese ist und mit der Türkei nichts zu tun hat, nennt die Person nicht Neonazi, sondern ultranationalistisch. So, und er sitzt im Bundestag. Im Gegensatz zu Tobias Huch, der eben weder im Landtag noch im Bundestag sitzt. Sondern er sitzt unter seinem Dachboden und streamt. Dort ist es sicher. Und natürlich darf auch bei einem Menschenrechtsaktivisten und Flüchtlingshelfer wie Tobias Huch der Vergleich zu Hitler und zu Nazis nicht fehlen. Und der kommt nämlich jetzt hier. Also ein türkischer Hitlergruß, in Deutschland bekannt als Schweigefuchs. Er nennt es türkischer Hitlergruß. Der Hitlervergleich und das Nennen als Neonazis relativiert in meinen Augen den Holocaust. Den deutsche Nazis gegenüber deutschen und europäischen Juden angerichtet haben. Und der Wolfsgruß ist einfach kein Hitlergruß. Und im Rahmen der Pädagogik fungiert der Leisefuchs als Zeichen nonverbaler Kommunikation. Steigt also der Lernpegel innerhalb einer Gruppe, über ein bestimmtes Maß kann die Leitungsperson die Hand heben und den Leisefuchs zeigen, das ist dann hier der hier, aufgrund der Ähnlichkeit mit dem Wolfsgruß, mit dem Leisefuchs aber zunehmend verdrängt. Und in Österreich ist der Wolfsgruß sogar schon verboten. In Deutschland allerdings nicht. Und ja, bevor jetzt wieder ein ganz Schlauer um die Ecke kommt, natürlich ist der Kontext eines Lehrers oder Kita-Mitarbeiters ein anderer als der eines ultranationalistischen türkischen Rassisten. Das sollte auch jedem klar sein. Das ändert aber nichts an der zuvor getroffenen Aussage, dass diese Personen aus dem Kreis von John Broke kommen. Besonders dann nicht, wenn das Beweismaterial irgendwelche Video- und Zeitungsausschnitte sind, die mit John Broke gar nichts zu tun haben. Ich könnte jetzt auch hingehen und die ganzen Hasskommentare bei John Broke nehmen, die ihn zum Beispiel als Hurensohn beleidigen und sagen, die kommen alle von Tobi Abidjim hoch. Da ich das aber nicht zu 100%ig weiß und auch nicht 100% beweisen kann, sage ich das nicht. Das nennt man sachlich. Ich sage nur, dass jetzt solche Personen ganz plötzlich dort auftauchen und anfangen zu hetzen. Also nochmal die Frage, was hat das mit John Broke zu tun? Tobi Abidjim zieht hier Schlüsse aus mehreren Faktoren zu einem John Broke und seiner Community zusammen, was ich absolut lächerlich finde. Es gibt ultranationale Strukturen, auch in Deutschland. Es gibt auch Personen, die man auf YouTube findet, die dazugehören. Niemand leugnet das. Die Verbindung zu John Broke zu ziehen, nur weil er türkischer YouTuber ist, ist einfach völliger Unsinn. Hat sich John Broke jemals in irgendeiner Weise für die Grauen Wölfe ausgesprochen? Ich habe leider keinen Ausschnitt gefunden. Kann mich da jemand unterstützen oder mir das in die Kommentare reinschreiben? Und jetzt müssen wir schon wieder Kurdistan einordnen. Das habe ich auch schon in anderen Videos gemacht. Aber Tobias lernt es anscheinend nicht oder ist lernresistent. Keine Ahnung. Nochmal zur Einordnung. Ich hatte das auch mehrfach schon mal angesprochen. Der Deutsche Bundestag hat 2019 eine Kurzinformation veröffentlicht, in der Folgendes steht. Ich zitiere. Die autonome Region Kurdistan ist ein durch die irakische Verfassung anerkanntes autonomes Gebiet innerhalb des Territoriums des Iraks. Die Region besitzt ein eigenständiges Parlament mit Sitz in Erbil und unterhält eigene Militäreinheiten, die Peschmerga. Gleichwohl handelt es sich nicht um einen eigenständigen Staat im völkerrechtlichen Sinne. Ende 2017 hatte das oberste irakische Bundesgericht ein Referendum in der autonomen Kurdenregion über ihre Unabhängigkeit für verfassungswidrig erklärt. Und damit ist doch eigentlich alles gesagt. Sowohl die Aussage von Jambrog als auch von Laso sind völlig korrekt. Man kann es Irak nennen oder Irak-Kurdistan. Es spielt einfach keine Rolle. Und deswegen ist die Aussage von Tobi Abidjim-Huch noch peinlicher, wenn er es Land nennt. Es ist kein Land. Kein eigenes. Kurdistan ist nach deutscher Rechtsprechung und Auslegung des Völkerrechts kein eigener Staat und auch nicht als solcher anerkannt. Und man ist auch kein Rassist, wenn man das nicht so sagt. Was soll denn das? Dieses ständige mit dem Finger zeigen, du bist Rassist, weil du nicht Kurdistan sagst, das ist sowas von lächerlich. Das hat auch mit Sachlichkeit gar nichts zu tun. Aber ich möchte weiter zitieren. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Irak, nicht aber die autonome Region Kurdistan, als Staat anerkannt. Eine eigenständige Anerkennung von regionalen Gebietskörperschaften eines Staates, Bundesländer, autonome Regionen, Departements etc. ist international nicht üblich. Mit der Akkreditierung von Botschaftern in Bagdad und Berlin im Jahre 2004 wurden die vollen diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Irak hergestellt. In Erbil unterhält Deutschland seit Anfang 2009 ein Generalkonsulat und trägt damit auch der Bedeutung der autonomen Region Kurdistan-Irak Rechnung. Kein eigener Staat. Solange also die Anerkennung als Staat durch die internationale Staatengemeinschaft nicht gegeben ist, ist es auch nicht rassistisch, die Region Irak zu nennen, selbst wenn es ein eigenes Parlament oder eine eigene Armee, die Peschmerga, gibt. Deswegen heißt es autonome Region. Deswegen ist es in der irakischen Verfassung festgeschrieben und nicht in einer eigenen kurdischen Verfassung. Nicht, weil wir alle dumme Rassisten sind, die die Kurden hassen, sondern weil das nach der Legaldefinition einfach richtig ist. Wäre der Norden Iraks tatsächlich völkerrechtlich, staatsrechtlich anerkannt, bräuchte es den irakischen Verfassungsartikeln nämlich nicht. Dann hätte Kurdistan nämlich eine eigene Verfassung. Kann doch nicht so schwer sein. Wenn du dann Kurdistan sagst, dann bekommst du sofort aus dieser klassischen Rassisten-Faschisten-Bubble der türkischen, und da ist ein sehr großer Anteil vorhanden, bekommst du Morddrohungen, wirst beleidigt, Kaufland, wo ist dieses Land und so weiter. Das ist halt klassischer Rassismus. Und Menschen, die so etwas äußern, sind Rassisten. Ganz einfach. In der irakischen Verfassung steht Region Kurdistan-Irak. In Deutschland bezeichnet als autonome Region Kurdistan. Dort weht überall die kurdische Flagge. Dort leben Kurden. Ja, in Nordrhein-Westfalen weht auch überall die Fahne von Nordrhein-Westfalen. Trotzdem gehört Nordrhein-Westfalen zu Deutschland. Das nennt man Föderalismus. Als Beispiel in Gelsenkirchen leben sehr viele türkische Menschen. Es ist trotzdem Deutschland und nicht Türkei. Und natürlich spricht ein Recep Tayyip Erdogan. Ein Rassist und Faschist wie Recep Tayyip Erdogan lässt die kurdische Flagge hissen und spricht von Kurdistan, wenn er den kurdischen Präsidenten Nechivan Basani oder den kurdischen Premierminister Masur Basani besucht oder besucht bekommt. Von Kurden und lässt auch die kurdische Flagge hissen, weil er aber von Brüdern spricht und nicht vom Staat Kurdistan. Natürlich spricht Erdogan von Kurdistan, aber nicht als eigenes, freies, völkerrechtlich anerkanntes Land. Ja, so wie Tobi Abidjim-Huch es hier darstellt. Denn Tobi Abidjim-Huch kann kein Wort türkisch. Er kann aber auch kein Wort kurdisch. Und das, was er ständig da mal in den Twitter-Kanal schreibt oder auf Instagram oder so, das hat ja mit der Sprache nichts zu tun. Das sind ja einfach nur Floskeln, die kann jeder ausfindig lernen. Aber sich wirklich verständigen kann er nicht. Also muss ich ihm wieder helfen, denn Erdogan hat zum Beispiel 2019 das hier gesagt, als er die Mehe-Pay kritisiert hat. Ich zitiere, in diesem mächtigen Osmanischen Reich gab es die Provinz Lazistan und die Provinz Kurdistan. Im Süden gab es ein staatliches System. Warum? Weil die Osmanen stark waren. Sie gaben sie dort ohne zu zögern ab. Jetzt schaue ich mit Sorge auf die Mehe-Pay. Einerseits wird die Mehe-Pay sagen, dass wir die Fortsetzung des Osmanischen Reiches sind, dass wir die Osmanen sind und andererseits wird sie die Osmanischen Herangehensweisen an dieser Staatsstruktur ignorieren. Tobi Abidjim-Huch spaltet die Menschen durch seine Aussagen. Viele seiner eigenen Zuschauer haben von Kurdistan, PKK, IPG, Syrien, Assad, Erdogan, Russland, USA, keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Und kennen auch nur das, was Tobi Abidjim im Stream vorlabert. Dass es in diesen verwobenen Strukturen nicht die Kurden gibt, sollte auch jedem klar sein eigentlich. Natürlich. Aber er erklärt es natürlich nicht. Weil er so besser hetzen kann. Das ist die krude, sinnfreie Interpretation eines Tobi Abidjim-Huch, der sich auf dem Rücken der Kurden einen Namen machen will, beziehungsweise schon gemacht hat. Er dagegen, Chanbrook, traut sich nicht und er sagt konsequent Irak. Ich bin ja schon einigermaßen froh, dass er nicht den Begriff der Ba'ath-Partei, den urrassistischen Begriff Nordirak benutzt. Also dieses Wort benutzen eigentlich nur Rassisten oder Leute, die keine Ahnung von dem Thema haben, wie viele deutsche Journalisten. Aber wenn man so offensiv Irak überall hinschreibt und das Wort Kurdistan vermeidet, dann ist es doch klar, dass Chanbrook Angst hat. Findet ihr das nicht anmaßend, einem anderen ständig vorschreiben zu wollen, wie er etwas zu nennen hat? Besonders, wenn es nach völkerrechtlicher Legaldefinition eben kein Staat und kein eigenes Land ist? Die Interpretation, jeder, der nicht Kurdistan sagt, ist ein Rassist, ist eine massive Verleumdung und ein Angriff auf die freie Rede. Damit würdest du auch einen Grund liefern, dich abzumagen, die Behauptung, dass seine Community größtenteils aus Rassisten besteht und er das quasi hinnimmt, ist aber nicht weniger ekelhaft. Ich habe von Tobias Huch wirklich viel Bullshit und Unsinn gesehen, aber das sprengt echt den Rahmen, zumindest Richtung anderer YouTuber. Was haltet ihr von den Äußerungen von Tobi Jim Abi? Gerechtfertigt oder ekelhafter Schmutz für Klicks? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, lasst ein Like da, folgt mir und aktiviert die Glocke. Das war der erste Teil der Huch'schen Saga. Im nächsten Teil erweitert euch Baron Münchhausen. Bleibt gespannt, bleibt mir gewogen. Ich bin raus aus diesem Video. Bis dann. Ciao.